Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Hansa Talk von eurem Hansa Fan nach dem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Vorab kurz zur Begründung nochmal auch hier an offizieller Stelle, warum es zu den letzten beiden Spielen keine Hansa Talks jeweils gab. Der einfache Grund ist tatsächlich, ich habe diese Spiele in voller Länge nicht gesehen, nicht sehen können. Bei dem einen habe ich selbst ein Spiel gehabt, bei dem anderen, also gegen Paderborn hatte ich zeitgleich selbst ein Spiel und gegen Fürth hatte ich den Abendtraining und war danach noch beim Landesligaspiel unter Flutlicht und so weiter, habe mir das angeguckt. Dementsprechend, ja, habe ich da jetzt nicht so viel Sinn daran gesehen, nur anhand von Zusammenfassungen, die leider ja nicht wirklich so viel hergeben, dann irgendwie kurzfristig eine ordentliche Analyse zu geben, sondern ich hätte einfach nur sagen können, was ich da in der Zusammenfassung gesehen habe und einfach sagen können, weiterhin, wie ich es auch jetzt tue, übertreibt nicht, bleibt trotzdem weiterhin ruhig, weil klar muss man jetzt auf jeden Fall aufpassen und so weiter, aber es ist noch lange kein Grund, hier komplett in Panik zu verfallen. Wir sind immer noch in der Hinrunde und ich habe da weiterhin vollstes Vertrauen dazu und vor allem auch nach Jahren der positiven Entwicklung ist es doch ehrlich gesagt wirklich völlig normal, wenn es mal Rückschritte und Stagnation zu erleben gibt und ja, da sind wir aktuell momentan drin, trotzdem ist für mich noch kein Grund den Panikknopf zu drücken und irgendwelche Köpfe rollen zu lassen oder sonst was. Nochmal kurz zu meinen Talks, Fakt ist also, ihr seht es daran, dass ich heute einen mache, ich mache die nicht nur, wenn es positiv gelaufen ist und wenn Hansa gewonnen hat oder Punkte geholt hat, sondern ich mache es halt auch nach Niederlagen und Spielen, die nicht so gut liefen. Dementsprechend also kommen wir zum Spiel gegen Kaiserslautern, 25.000 Zuschauer waren Freitagabend im Ostdeutschstadern, unter anderem auch ich, habe mal wieder auf der Osttribüne Platz gefunden und habe mir das Ganze angeschaut, im Vorfeld wurde ja viel über die Aufstellung diskutiert bzw. wurde viel darüber spekuliert, inwieweit Hansa überhaupt wettbewerbsfähig ist, denn ganze 10 Spieler waren ausgefallen, wegen Sperren, wegen Verletzungen und so weiter und so fort, aus der Stammelf glaube ich gleich 3 Spieler, die ihre fünfte gelbe Karte in Fürth gesehen haben, dazu John Verhoek, der eine gelb-rote Karte gekriegt hat und damit auch ein Spiel gesperrt war, heißt die Mannschaft hat sich eigentlich größtenteils von selbst aufgestellt, die einzige vakante Position war halt noch eher die Linksverteidiger-Position, wo uns Jens Hertha meines Erachtens noch ein bisschen überrascht hat mit Kevin Schumacher, ich habe da eher Strauß und Ananu auf den Ausverteidiger-Positionen erwartet, in diesem Fall war es eben Kevin Schumacher, der seine Sache vorab gesagt hat, eigentlich relativ gut gemacht, ich habe von ihm keinen groben Schnitzer also erkannt, ich habe vorher ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil ich so sagte, ja, offensiv ist der Schumi ganz gut, defensiv hat er seine Defizite, möchte ich meinen, aber das hat er genau dann ganz gut gemacht und allgemein hat das die Mannschaft, die so in diesem Konstrukt noch nie zusammengespielt hat, im ersten Durchgang absolut in Ordnung gemacht, also ich fand die erste Halbzeit wirklich sehr, sehr optimistisch und positiv, da man wirklich versucht hat, das Spiel selber zu machen, man hat versucht Fußball zu spielen und nicht nur lange Hafer auf John Verhoek zu spielen, beziehungsweise jetzt ja Lukas Hinterseer, der da vorne gespielt hat, der das meines Erachtens auch in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht hat mit seinen Ablagen, was dann halt im zweiten Durchgang nachher ein bisschen zu eintönig wurde, Fakt ist aber, wie gesagt, die Abwehr stand sehr souverän im ersten Durchgang, da Thomas Meissner ist ja völlig aus dem Nichts wieder ausgebuddelt worden, fand ich ja, hat sein Startelfdebüt in der Saison gegeben und rechts, wie gesagt, Ananu van Drongelim war deutlich zu erkennen, der Abwehrchef in diesem Spiel, hat da wirklich alles dirigiert und so weiter und so fort, Kolke auch im ersten Durchgang zweimal hellwach, wo Lautern wirklich mal zweimal gefälligst aufs Tor geschossen hat und Kolke wirklich den zweiten, vor allem, finde ich, da überragend gehalten hat gegen, glaube ich, Redondo war es, ansonsten Lautern eigentlich überhaupt nicht im Spiel, also man hat wirklich im ersten Durchgang das Gefühl gehabt, so, ey, Lautern ist ja nichts, da kommt nichts, Hansa muss jetzt hier ein Tor machen und das ist auch das Ding, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, warum es halt so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, nämlich man hat sich im ersten Durchgang, wo man gut gespielt hat, einfach nicht belohnen können, man hat sich gut bis zum Strafraum des Gegners vorgespielt, aber dann fehlten wie so oft leider die Ideen und die letzte Qualität, irgendwie einen überragenden Pass zu spielen und so weiter, beziehungsweise Schüsse wurden dann auch wieder mal geblockt, die Standards waren in Ordnung, aber sorgten auch nicht so für brandgefährliche Aktionen, Simon Rhein war Gott sei Dank wieder da, der hatte die Freischöße und Ecken getreten, Haris Duljevic auf der Zehner-Position fand ich auch etwas belebend als die anderen, die ja zuletzt gespielt haben, bloß wie gesagt, die letzten Mal spiele habe ich halt nicht durchweg gesehen komplett, dementsprechend, ja, wie gesagt, Duljevic kann ruhig öfter wieder zum Einsatz kommen, finde ich, also klar, er hat bisher keine gute Saison gespielt, aber ich finde, er macht das nicht wirklich schlechter als ein Lee oder ein Till, muss man ganz ehrlich sagen und deswegen hat Haris auch für mich weiterhin eine faire Chance verdient und der war auch stets bemüht, ich weiß, stets bemüht ist ein Prädikat, was man nicht unbedingt verteilen darf, weil im Prinzip heißt das nur so, ja, er macht ja was, aber er kann es nicht, ne, so, aber ist vielleicht der falsche Aushalt, aber Duljevic hat ja gerackt und so weiter und er hat auch öfter mal Raumgewinn erzielen können mit seinen Aktionen, hat dann aber, wie gesagt, im letzten Moment dann auch wieder ein bisschen Pech gehabt, dass der Ball halt mit Zentimeter zu weit versprungen ist oder zu weit nach vorn gelegt wurde, sodass der Verteidiger immer wieder dran war, da hatte Duljevic schon die ein oder andere Abschlussaktion bzw. wo es gefährlich hätte werden können, aber das ist so das, was Hanse allgemein im Aktuell abgibt, egal ob da Stammspieler bei sind oder nicht, irgendwas fehlt vorne, es fehlt eindeutig die klare Durchschlagskraft, das hat sich dann im zweiten Durchgang auch bemerkbar gemacht, wie gesagt, man hätte sich im ersten Durchgang in dieser guten Phase, wo man lautern komplett im Griff hatte, belohnen müssen, hat das aber nicht geschafft, schon zum Ende der ersten Halbzeit wurde lautern besser, kam besser in die Partie und das spielte sich dann auch so im zweiten Durchgang ab, wo man dann halt leider auch gemerkt hat, so okay, ja, nach vorne geht nicht viel, lautern kommt besser ins Spiel, hat die ein oder andere Chance, ja, hier musst du heute halt mit dieser Truppe, mit dieser Startelf, mit dieser Notelf einen Punkt mitnehmen, das ist so ein typisches 0-0 Spiel, wo keiner wirklich gefährlich wird am Ende und ausgerechnet dann kommt Markus Kolke, ja, ausgerechnet dann ist es Markus Kolke, der, unser Kapitän, unsere Krake, wie schon in Darmstadt, er hat uns so viele Punkte gerettet und ausgerechnet in dieser Situation macht er diesen entscheidenden Fehler und bringt lautern in Front, eigentlich ein harmloser Kopfball von Terence Boyd, by the way, ein übelst starker Stürmer, muss man ganz ehrlich sagen, also ich beneide lautern, dass sie so einen geilen Stürmer haben, Terence Boyd hat mir schon zu Drittliga-Zeiten bei Halle äußerst gut gefallen, den hätte ich so gern mal bei Hansa gesehen, das ist so ein kompletter Stürmer, bullig, schnell, Kopfball stark, technisch einen starken Abschluss, der Kopfball eben war, wie gesagt, nicht stark, aber Kolke lässt ihn irgendwie zwischen den Beinen durchflutschen, also zwischen den Handschuhen und durch die Beine durch und dann steht es 1-0 für lautern und ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt wissen die gar nicht, wie sie hier 1-0 führen und das war so verdammt ärgerlich, dass sich diese Mannschaft, trotz aufaufwurfsvollen Kampf, das muss man ganz ehrlich sagen, man kann der Mannschaft den Einsatz nicht absprechen, aus meiner Sicht zu keinem Zeitpunkt in der Saison, außer vielleicht Darmstadt oder Karlsruhe, oder Karlsruhe, man kann der Mannschaft den Einsatz meines Erachtens überhaupt nicht absprechen, aber es geht im Moment einfach nicht besser, es fehlt da ein Ticken Qualität, es fehlt da ein Ticken Selbstvertrauen wahrscheinlich auch, um diesen letzten entscheidenden Pass zu spielen oder halt auch irgendwo diese Kaltschnutzigkeit zu haben und ein Tor zu machen, und das ist so, was andere Mannschaften halt momentan eigentlich einfach besser machen oder einfach in ihren Reihen haben, wie zum Beispiel in Fürth, die haben Branimere Gotter in der Startelf, der aus nichts, beziehungsweise überhaupt eine sehr gute Schusstechnik hat und einfach ein Tor erzielen kann, dann haben wir zum Beispiel Paderborn, die sind sowieso eine super Mannschaft, klar, aber auch da ist es dann auch wieder irgendwo der individuelle Fehler, der, gegen Paderborn war es zum Beispiel eine Situation, wie auch schon in Fürth auch, wo dann halt so ein individueller Fehler-Eiscardt bestraft wird, weil die halt einfach eine gute Technik haben, diese Spieler, das darf dir in der dritten Liga vielleicht ein, zwei Mal passieren, aber in der zweiten Liga einfach nicht, zum Beispiel jeweils, dass ein Standard mittig, freistehend zum Gegenspieler geköpft wird und der sagt dann, danke, Tor. Das war so das Ärgerliche an diesen letzten Spielen halt und jetzt ist es halt wieder ein individueller Fehler vom Kapitän selbst, von Markus Kolke und das ist so verdammt ärgerlich, dass du aus diesen Spielen halt nicht wenigstens diesen Punkt mitnimmst, dass es dann nichts mehr nach vorne geht, das war irgendwie klar, weil die ganze zweite Halbzeit ging einfach leider nichts mehr nach vorne. Hansa hat sich, wie gesagt, waren bemüht, aber es ging nichts, also es fehlte irgendwas, der Tick und dann ist halt das Blöde, wofür ich Jens Hertel jetzt auch erstmals lautstark kritisieren muss, warum zum Teufel wechselt man einen Kai Pröger in dieser Situation aus? Der konnte es ja selber nicht verstehen in dem Moment, der konnte es selber nicht nachvollziehen, warum er ausgewechselt wird und es ist meiner Sicht auch zu Recht extrem gefrustet aufgrund dieser Auswechslung gewesen, zu Recht gab es da auch alles, ehrlich gesagt, von der Tribüne Pfiffe gegen Jens Hertel in dem Fall. Ja, ich bin weit davon, weiterhin entfernt, seinen Kopf zu fordern hier, weil wir haben Hertha so viel zu verdanken und es gibt aktuell aus meiner Sicht keinen Trainer, der das besser machen wird. Es gibt niemanden. Wollen wir uns Mark Fascher wieder ranholen, der seinen Quatsch mit seinem Rucksack da wieder erzählt und so Blödsinn? Wollen wir uns einen Dieter Eils wieder ranholen oder sonst was? Es gibt aktuell keinen Trainer, der es besser machen kann. Deswegen ist es für mich der völlig falsche Ansatz jetzt, nur weil wir jetzt einmal in der stärksten Sportlinenkrise seit vier, fünf Jahren stecken, den Trainer wieder zu opfern, zumal wir trotzdem gut im Sollen liegen. Wir haben trotzdem ein ähnliches Punktekonto wie letztes Jahr. Es ist alles drin noch. Wir haben eine lange Winterpause vor uns, wo viel passieren kann, wo der Kader umgebaut werden könnte, je nachdem, was man braucht und so weiter. Deswegen bin ich weit davon entfernt, Jens Hertel da in Frage zu stellen. Aber warum zum Teufel wird in dieser Situation Kai Pröger ausgewechselt? Und dann, ich meine, ich weiß, aufgrund der Situation hatten wir nichts wirklich auf der Bank. Aber warum bringt man denn für Kai Pröger einen Rich Munzi? Ich habe nichts gegen Rich Munzi persönlich. Der scheint ein echt netter Kerl zu sein. Ich folge dem auch bei Instagram und so weiter und so fort. Aber Leute, der ist einfach nicht tauglich für die zweite Bundesliga. Bitte nie wieder einwechseln. Sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Der stürzt da über den Platz und weiß gar nicht, was er machen soll. Wirklich, der hat ein Null. Und vor allem, was ich von der Mannschaft dann auch nicht verstehe, jeder weiß, dass Rich Munzi nicht mit hohen Bällen angespielt werden muss. Der braucht, wenn er mal glänzen möchte, dann braucht er Steckpässe in die Gasse, in die Spitze, dass er seine Schnelligkeit ausspielen kann. Was wird passiert? Man spielt den hoch und weit und lang an, dass er den mit dem Kopf verwerten kann. Das kann der nicht. Also ich habe noch nichts gesehen, noch nicht einen langen Ball, den der vernünftig verwertet hat. Wirklich, sorry. Ich kann nicht verstehen, warum Rich Munzi immer wieder eingewechselt wird. Und dazu auch, ganz ehrlich, sorry, Morris Schröter. Da bin ich sowas von enttäuscht von, dass der immer wieder Einsatzschonken kriegt und nichts auf dem Feld, aber absolut gar nichts auf dem Feld zurückzahlt. Da kommt nichts bei rum. Da verstehe ich nicht, warum in so einer Partie, wo so viele Stammspieler fehlen, warum dadurch mal ein Theo Martens oder ein Felix Ruschke, die mit auf der Bank saßen, einfach ins kalte Wasser geschmissen werden. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass sie für die zweite Mannschaft gebraucht werden und deswegen nicht so oft im Kader der ersten Mannschaft stehen. Aber warum nicht in diese Situation die reinwerfen? Warum werden trotzdem welche eingewechselt, die nachweislich in den letzten Einsätzen seit anderthalb Jahren beziehungsweise seit drei Monaten, seit der Morris Schröter da ist, nachweislich nichts auf dem Feld gebracht haben? Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wirklich. Da müssen die sich einfach halt mehr strecken, wenn da die Jugendspieler ihnen vorgezogen werden. Sorry. Aber das kann ich leider einfach nicht nachvollziehen. Ich bin nicht beim Training, ich habe noch nicht ein Training gesehen in dieser Saison, deswegen kann ich natürlich da nicht Jens Hertel in Frage stellen, dahingehend. Aber dann möchte ich bitte einfach eine vernünftige Erklärung dafür haben, weil wirklich viel schlechter als Morris Schröter oder Rich Munzi könnten es ein Felix Ruschke und ein Theo Martens nicht machen. Lasst doch die beiden 19-Jährigen da wirbeln, die aus der Hansa-Jugend kommen, die würden sich für die 25.000 Leute da am Stand den Arsch aufreißen. Morris Schröter und Rich Munzi rennen da rum wie Falschgeld. Sorry. Muss ich so deutlich ausdrücken. Und deswegen kann ich es auch nicht verstehen, warum wird dann Kai Pröger ausgewechselt. Er ist wirklich der einzige bei Hansa im Kader aktuell, der aus nichts etwas machen kann. Das ist einfach so. Das muss man so ganz klar ansprechen. Kai Pröger, der einzige in Hansas Kader, der aus nichts irgendwas machen kann. Und der Ausgleich hätte nicht mehr fallen können. Also es war klar eigentlich, dass kein Ausgleich mehr fällt. Aber einen Kai Pröger, den hätte ich das zugetraut, dass er es trotzdem macht. Weil der einfach mal schießt und so weiter und so fort. Und dahingehend muss sich Jens Hertel, finde ich, schon mal äußerst erklären, warum wird dann Kai Pröger ausgewechselt. Und ich kann Kai Pröger da absolut verstehen, dass der da so ausgerastet ist in der Situation. Und ich kann verstehen, dass die Fans da im Stadion absolut lautstark gepfiffen haben. Wirklich. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin mir absolut sicher, dass die Pfiffe nicht Rich Munzi galten, sondern einfach der Situation. Die Pfiffe galten der Entscheidung von Jens Hertel, die niemand im Stadion und wahrscheinlich auch niemand vor dem Fernsehbildschirm nachvollziehen konnte. Und das war so... Gut. Und das am Ende das 2-0-Feld nochmal durch Terrence Boyd. Ja, da versteht sich dann Rick van Drongel ausgerechnet der, wie schon vorher Markus Kolke vorher ein überragendes Spiel gemacht hat. Der macht dann diesen entscheidenden Fehler, dass er den Ball unterläuft und dann ist er halt einfach langsamer als ein Terrence Boyd, der das 2-0 macht. Was dann noch von der Südtribüne, vom Kapo da reingerufen wurde, ist absolut der unterste Sau, Alter, raus mit dir aus dem Stadion. Sorry, muss ich ganz einfach sagen. Solche Worte gehören nicht dem Stadion. Geile Direktion auch von Terrence Boyd. Ich habe es auf Instagram auch gepostet. Er hat mir auch nochmal geantwortet, mit quasi mir ein schwarzes Herz geschickt. Quasi als Danke, dass ich ihn unterstützt habe und so weiter. Also geiler Typ, Terrence Boyd. Wie gesagt, ich hätte ihn sehr gerne in meiner Mannschaft. Wie man so einen Müll von der Tribüne rufen kann, mit einem Megafon in der Hand, kann ich nicht nachvollziehen, Alter. Da könnt ihr mich auch gerne haten und so weiter. Aber sowas ist für mich nicht Hansa Rostak. Sowas gehört für mich nicht ins Stadion. Also jeglicher Affen Rassismus ist der letzte Müll. Lass den Scheiß sein und gut ist. Und Hansa verliert am Ende 2-0. Am Ende verdient. Trotzdem unglücklich ohne Ende. Man hätte sich mit einem Punkt belohnen können. Man hätte sich sogar für mehr belohnen können. Im Hals mit 1 hat es nicht getan. Jetzt hat man verloren. Es sind noch vier Spiele bis zur langen Winterpause, weil irgendeine blöde Weltmeisterschaft stattfindet. In Katar oder so. Keine Ahnung. Interessiert mich null. Ja. Wird man sehen. Trotzdem, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt. Trotzdem, dass man sagt, wir müssen jetzt jetzt Herd rausschmeißen. Also das ist totaler Blödsinn. Das ist für mich weiterhin totaler Blödsinn. Lass die Leute arbeiten. Es sind immer wieder gute Ansätze da. Es kommen jetzt ein paar Leute zurück. Klar, man muss jetzt aufpassen. Man muss viele Sachen kritisch hinterfragen, wie auch die Auswechslung von Kai Bröger jetzt. Aber wir sind weit davon entfernt, hier Köpfe rollen zu lassen. Und das ist auch der völlig falsche Ansatz. Weil, ganz ehrlich, wenn ihr der Meinung seid, Jens Hedde, müsst ihr weg. Dann schreibt mir bitte einen adäquaten Ersatztrainer rein, der realistisch wäre, für Hansa bezahlbar wäre und der es garantiert besser machen würde. Ihr findet, glaube ich, keinen. Also könnt ihr mir gerne einen vorschlagen. Belebt mir eines Besseren. Aber ihr findet keinen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben geben würdet. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und neuer Kanal seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Hansa wird trotzdem nicht untergehen. Haut rein, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.